Ich bin Filmexperte und Filmecoach. Ich bringe Menschen aus der Verwaltung oder Dienstleistung bei, wie sie mit dem föderalen Informationsmanagement umgehen, wo auch ein starker Bestand natürlich der Baustein Prozesse ist und somit die direkte Verbindung auch zur Picture besteht. Einmal ganz grundsätzlich hilft diese prozessuale Darstellung der Abläufe, Menschen, auch die wenig Prozesskenntnis haben, etwas zu visualisieren, was vorher nur in Textform vorlag. Picture ist für mich ein besonders nutzerfreundliches Werkzeug. Wir benutzen viele Prozessmanagement-Tools in unseren Schulungen oder zeigen einige. Und Picture ist filmkonform, deshalb nutzen wir das auch in unserer Schulung. Und die Einstiegshürde, um die Software zu benutzen, ist im Vergleich mit anderen relativ gering. Deshalb ist es für uns ein guter Nutzen, um schnell den Leuten Prozessmanagement zu zeigen und auch, welche Vorteile es haben kann, das zu nutzen.